So Herr Köhn, ich versuche Ihnen mal mit bescheidenen Mitteln ein kurzes Video über das Gerät zu zeigen, von allen Seiten. Die Qualität des Videos möchte ich aber mal in Frage stellen. So, das ist das Gerät von allen Seiten. Ich werde es jetzt mal einschalten. Sie sehen, dass alles funktioniert. Hier ist dann UKW 1. Die Röhren hochheizen, dauert natürlich etwas. Das ist ja bei diesen alten Geräten so. Der Röhren hat ihn während seines Exims in Bukarest gehört und war so begeistert, dass er darauf einen albanischen Text geschrieben hat, der bis heute albanische Hymne ist. Und das also... Postprobe schon mal, den Money... Beim Public Shaming, da gibt es jetzt... Und dieses Obst... Ich also, ähm... Kampf uns einde, breit zum Schwur uns ab. Hier hat man... Bilanzen, Mathe und Küche. Jetzt ist UKW 2, der ist eigentlich witzlos. Es spielt derselbe Sender und man kann es auch nicht verstellen, aber... Verewischt wurde. Wie klingt, Herr Kreuz? Es ist ein ganz ruhiges... So, ich hoffe, das hat die Freude geholfen. Einfach nur die Schönheiten der Landschaft. Wenn Sie da noch Fragen haben, rufen Sie mich an. Heißt eben auch...